Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran in Suche 36 Du kannst nur denjenigen warnen, der der Ermahnung folgt und den All-Erbarme im Verborgenen fürchtet. Man weiß aber nicht, wer den All-Erbarme im Verborgenen fürchtet. Es ist manchmal so, dass es so aussieht, als wenn jemand ganz nah dran ist zum Islam, aber am Ende stirbt er als Kefir. Wie Abu Talib beispielsweise, der dem Propheten a.s.w. geholfen hat und am Ende gestorben ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala offenbarte daraufhin zum Propheten Du leitest nicht recht, wen du will, liebst, sondern Allah leitet recht, wen er will. Und Allah sagte da im Koran dazu Es geziemt sich nicht für den Propheten und die Gläubigen, dass sie für die Muschrikun um Vergebung bitten, nach denen ihnen klar geworden ist, dass sie zu den Gefährten des Feuers gehören. Das heißt, manche Leute, die sehen so nah aus, als wenn sie so nah dran sind am Ende, landen sie in der Hölle. Man denkt, der ist ganz nah am Islam. Und manche Leute sehen aus, als wenn sie ganz weit weg wären. Wie z.B. Khalil al-Warid. Wie z.B. Amr bin As. Leute, die den Propheten, a.s.w. bekämpft haben, bis zum siebten Jahr nach Hijra. Das heißt, 13 Jahre in Mekka, sie haben den Islam nicht angenommen. Sieben Jahre nach Hijra, dann nehmen sie den Islam an und gehören zu denjenigen, die den Islam nach vorne bringen. Jemand zu sein, der den Islam mit dem Schwert bekämpft, ist schlimmer, als jemand zu sein, der Alkohol trinkt. Ist schlimmer, als jemand zu sein, der in die Spielhalle geht. Ist schlimmer, als jemand zu sein, der Sinner begeht. Das heißt, wir wissen es nie. Aber wir sollen die Hoffnung nicht aufgeben. Und manchmal ist es, wie gesagt, so, weil jemand sieht aus, als wenn er weit weg ist, aber der nimmt trotzdem den Islam an. Brüder und Schwestern, mach Dua für die Leute. Subhanallah, ich habe gestern, ich habe heute wieder von einer Frau gehört, die mich vor Monaten kontaktiert hat auf Facebook. Ja, der ihr Leben, ein Leben ist, das ganz weit weg vom wahren Weg war. Und ich habe Dua für sie gemacht und ihr Videos geschickt. Und ich hatte ehrlich gesagt schon gedacht, das wird nichts mehr. Ich habe das echt schon gedacht gehabt. Und ich habe Dua gemacht und Subhanallah, und heute höre ich, sie hat den Islam angenommen. Und glaub mir, wenn ihr die Lebensgeschichte hören würdet, denkt ihr, boah, wo war sie und wo ist sie jetzt? Alhamdulillah. Ja, Brüder, wir haben alles gesehen. Wir haben Leute gesehen, die ganz weit weg waren, wo du gedacht hast, niemals, niemals. Aber dann kam es, die Rechtsleitung von Allah. Und deswegen sucht euch die Leute aus eurem Bekanntenkreis aus. Insbesondere die Leute, die nicht arrogant sind. Ja, weil Leute, die arrogant sind, das sind meistens die, wo es keinen Sinn macht. Aber Leute, die schon sich beschäftigen wollen, machen Dua für sie. Die Dua ist so wichtig. Dua machen, dass Allah jemanden recht leitet. Und Inshallah, in der letzten Sekunde wird Allah das Recht leiten. Gebt die Hoffnung nicht auf. Und das gilt auch in erster Linie an mich. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Subhanallah, Allah hat die Herzen gedreht von Leuten im Nullkommanix, die aussahen wie die größten Feinde des Islams. Schau dir an Amman al-Khattab. Der hat die Muslime gefoltert. Bis zum sechsten Jahr. Und dann trifft er Chababin al-Arad. Und er liest ihm vor aus der Suhtu Toha. Toha ma'enselna alayka al-Qur'ana li-Tashqa. Und er lört diese Verse. Und beschließt, den Islam anzunehmen. Möge Allah uns alle zu leuchtenden Beispielen für diese Religion machen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.